Heute habe ich mal für euch 10 Fakten über Dinosaurier, die ihr noch nicht wüsstet. Los geht's mit Fakt Nummer 1. Der kleinste Dinosaurier. Frutat in Sagororum war der kleinste Dinosaurier, was 10 cm groß war und weniger als 1 kg wog. Ja, wenn das mal nicht niedlich ist. Weiter zu Fakt Nummer 2. Wenn man die Geschichte der Erde in einem einzigen Tag verpacken würde, dann wären die Dinosaurier bereits um 23 Uhr 41 ausgestorben. Fakt Nummer 3. Die Toilette. In Argentinien hat die erste öffentliche Toilette verdeutlicht, dass die Dinosaurier gemeinsame stille Örtchen hatten. Hunderte an fossilen Abfallhaufen sollten dies erklärt haben. Okay. Dinosaurier Fußabdruck. In Bolivien gibt es eine Felsklippe mit mehr als 5000 Dinosaurier Fußabdrücken. Manche von ihnen sind bis zu 68 Millionen Jahre alt. Tja, das nenne ich mal einen Fußabdruck. Weiter zum nächsten Fakt, Leute. Und zwar die Größe. Menschen denken meist, ja, dass Dinosaurier riesige Kreaturen waren. Tatsächlich waren sie im Durchschnitt so groß wie Menschen. Tja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt kommen wir auch schon zum längsten Namen. Und zwar ist es der wissenschaftliche Namen vom Mikropa-Hucifalosaurus. Und wenn das kein Zungenbrecher ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Los geht's mit den Tyrannosaurus Rex. Ein einzelner Zahn vom Tyrannosaurus Rex war fast 30 Zentimeter lang. Und wenn da man nicht lange Zähne putzen soll, dann weiß ich auch nicht weiter. Los geht's mit der Fortpflanzung, ja. Und seit 200 Jahren bereits haben Wissenschaftler immer noch keine Idee, wie sich Dinosaurier fortgepflanzt haben. Tja, ich würde mal sagen, dann wäre es mal höchste Zeit. Wir kommen auch schon zum Stegosaurus. Wusstet ihr, dass das Gehirn vom Stegosaurus so groß wie eine Walnuss war? Ich glaube, das sagt schon alles. Da sind wir auch schon beim letzten Fakt gelandet. Und zwar, der Ausdruck Dinosaurier leitet sich von alten griechischen Worten Deinos und Sauros ab. Es heißt schreckliche Echse, übersetzt auf Deutsch. Ja Leute, das waren schon 10 berauschende Fakten über Dinosaurier. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Fakten wüsstet oder nicht. Ich wusste die meisten eigentlich selbst noch nicht, bis ich das Video gemacht habe. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergisst nicht, Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.